Zumal Okay Fuck you Nein 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 Toll, ich habe jetzt fast gestorben Blöde NG-Patronen, blöde Schrottdings von Skatronen Deswegen brauche ich total viel Schon wieder ein Big Daddy Ach, ich bin ja hier Okay Ich will wieder nach oben Ähm Menro Okay Scheint es auch sehr ruhig zu sein Ich tage mich eigentlich noch Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht Wirklich, das Bewässerungssystem von Arcadia bringt mehr Wasser ein Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt Entweder bauen sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal Ja man Was ist die Forschungskamera? Gut Geben wir dem alten Peach mal was zu tun Schieß die Fotos, die der Karl haben will Lass es schleunigst die verschwinden Ich weiß auch immer noch nicht, was er überhaupt würde, dass ich fotografiere Die Tussis, die an der Decke hängen oder wie Hat ja super geklappt Was ist das eigentlich? Oh Das wäre mich ein Arsch Das ist einfach kompliziert Das ist einfach kompliziert Irgendwie Wellen Irgendwie Wellen Scheiß drauf Ist das das andere wo? Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als T-T-Tourist hier? Ach Ich soll drei Stück davon fotografieren Okay Die Parasiten wollen sich hier einnisten Hier muss irgendwo eine Kamera sein Hier muss irgendwo eine Kamera sein Dann fülle ich mir das Geräusch hier ein Ich wusste es doch Ich wusste es doch Ich wusste es doch Ich bin nur noch nicht Ich bin ja Ich bin ja Jana Ich bin ja Was ist der nächste Seite? Was ist das? Was ist das? Kann ich auch Tote fotografieren? Oh Gott. Ach, Menno! Oh Gott. Zigaretten. Ich tu auch immer aus dem Müller, wenn Zigaretten rausholen. Ständig. Besonders als Nichtraucher. Da ist ein Hut. Der ist wie ein Hut. Okay, das war's schon. Was ist da? Was auch denn das? Hm, okay. Also... Okay. Okay! Erst verstanden! Ach, Mann. Oh! Die hab ich gar nicht gesehen! Hä? Oh. Hä? Ah! Ach, das ist aber schön! Ich weiß nicht, ob ich dich überführen soll, aber ich glaube schon. Oder? Oder? Ach, das war ja das leiser heißt. Nee. Ich hätte mich mit den Namen ganz durchlesen sollen. Ich weiß nicht, ob ich das leiser hier bin. Es ist aber nicht so wichtig. Ich habe diejenigen zu tun, die immer oben rumzaukeln. Einmal. Zweimal. Einmal. 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 Ja, ich mache komische Geräusche. War schön, oder? Ah, war ja so klar. Oh, no. Ich finde gerade nichts. Oh Gott. Zum Glück. Das war knapp. Film. Toll. Will ich hier ständig Fotos machen, oder was? Ach, Mann. Warum die sind so teuer? Naja, noch warte ich ab. Einen kann ich ja nochmal zurückrennen. Und mich heilen. Der Schmuggler ist der Freund des Parasites. Es ist ihre Pflicht, der Schmuggler zu melden. Wieso fällt jetzt nicht überall die Pistolen, ey? Verstehe ich nicht. Irgendwie übersehe ich die ständig. Weiß auch nicht, warum. Okay. Ich habe ja jetzt schon seit einer Stunde, einer halben Stunde oder noch länger mein Ernst hier vor mir stehen. Und werde jetzt erstmal was zu mir nehmen. Ich habe nämlich langsam Hunger. Und dementsprechend mache ich jetzt hier Stopp. Und wir sehen uns beim nächsten Teil von Let's Play mit Bioshock 1. Bis dann. Tschüss.